Die Händler-Skite sind wichtig, damit die Händler ihr Sortiment zusammenstellen können und so können auch Ausfindung machen, welche Produkte für welche Kunden geeignet sind. Es ist Winter, es ist Schnee, es ist stimmig, aber noch viel, viel wichtiger ist eigentlich, dass es am Branchen trefft. Man trifft sich, man diskutiert miteinander, man sieht sich wieder einmal und das ist etwas vom Besten, was man überhaupt haben kann. Wir sind hier am Skitest, für unsere Kunden bestmöglichen Ski auszusuchen und Sortimenten auch dementsprechend zu gestalten.